Moin, moin Und hallo Leute Ja Äh, das war grad hier die Ansage Und warum kann ich meine Maus nicht bewegen? Ansage Ähm, da ist der Da ist der, okay Ähm, du hast keine Einheiten Achso, ja, jetzt kann ich sie bewegen Moin, moin und hallo Leute Ich wollte grad hier nicht diese Frau Frauen schon immer unterbrechen Da ist diesmal, äh Ein Abonnent dabei Wir glauben jedenfalls, dass es ein Abonnent ist So Ja, und wir zocken König der Riesen Äh, diesmal mit einem Feuerdeck Hallo, 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 sehr schön Und Gut, dann bauen wir mal hier Einheiten So, ne Ich bin der Feuerspender So Ja Da kommt auch schon erste Einheiten Wow, so overpowered Ziemlich früh, meiner Meinung Aber da hauen wir eine Schmetterzange hin Und dann passt das Ja, ich hab Schattendeck, also Können doch mal die Grafik wieder hoch machen Weil die irgendwie so scheiße aussieht Aber Meine Armee ist gleich fertig Dann kann ich auch schon gleich losrushen Komm schon So, Armee fertig Und los geht's Ich weiß nur nicht, wo ich lang los Ja, ich würde sagen Wir gehen hier einfach mal den Weg lang Ja Schon oft gespielt, oft bekannt Aber trotzdem Nicht mehr gewusst, wie die Map hier geht Ja, so ungefähr Warum müssen wir eine Schmetterzange so schnell? Die kleinen müssen schneller sein Also bei mir haben alle zum Glück das gleiche Tempo Hoffe ich jedenfalls Dann rennt einer da Ja, ich steck mal Geht's einfach mal da unten lang Ich geh mal in die Mitte Warte auf meine Feuertänzer Weil das sieht ja schön nach Lager bei mir aus Ja Bei mir kommt auch gleich wahrscheinlich eins So, dann hauen wir noch mal eine Schmetterzange Und einen Feuertänzer dahin Themen, worüber wir sprechen können Haben wir uns mal wieder nicht überlegt Aber das Ne, wir quatschen einfach drauf los Wo ist denn das Problem? Oh, hier kommt gar keiner Das ist Neues Wir sind der LP, ja wir können improvisieren Hoffen wir Okay, ich kann dir mal helfen Ja, wir müssen ja eh die Mauen hier für Wogen Kale zerstören Du eins, ich eins Ah, okay, ich schnapp mir die da Wie gesagt, schreibt mich einfach an, falls ihr mitzocken wollt Wenn ich on bin Aber nach diesen LP werde ich's wahrscheinlich eh nicht zocken So, ich komm dann noch mal vorbei, ne? Nach so ein paar Missionen wird schon ganz langweilig und nervig Was? Äh, unten kommen wir die Einheiten längs, ne? Ich denk mal die gehen wieder zu unserer Basis So, ja Turm, genau Mal da ein Turm bei mir hin So, ich hau da jetzt auch mal ein Turm hin Ich hab dich mal in die Freundesliste getan Wehm mich Jupp Okay, richtig auch So, los geht's Oh ey, soll ich das machen? Okay, ich nehm das hintere Gebäude Ich nehm das mal kurz auseinander Ich nehm das hintere Gebäude Fertig Ja, ich hab etwas kleinere Einheiten Entschuldigung Kann mich schon auch nix für Nein, das kommt durch Zerschmettern Die Fähigkeit da Von 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 Oh, ein Monument wird angegriffen Bei dir auch Bei mir kommen die aber gar nicht da hin Ich sollte ja gleich mal eine Mine platzieren Ich denk mal, wir werden hier Elico total Loser sein Und die sind Jetzt kommt die Meldung Und die werden uns da Einen vorzaubern Mit ihren geilen Karten Oder Weiß ich nicht, was die haben So, äh, weiter geht's los Boah, diese Trommel-Bongo-Musik Also, ich schau mir jetzt erstmal Du machst da weiter Und ich geh hier nach links, okay? Jo, hau die dem mal schön weg Mach ich Ich kümmere mich gerade nochmal um meine Base Mit ein paar Türmchen Sehr schön Da gibt's auch gleich Für jeden zwei, ne? Ja Gibt es Ja Doch, sehr schön Nicht so, wie er so eine Streitigkeiten-Map Und die in der Base nerven langsam So Jetzt sind die auch tot Ganz sechs Gold Oh, Hammer Dann kann ich gleich Endlich mal So ein Energieverstärker dahin Dingsen Leider gibt's so was für Feuer nicht Was? Aha Ja Ja, jetzt Wird doch auch Aber ich wüsste gar nicht, wie so was aussehen sollte für Feuer Naja, wie so ein kleiner Vulkan, würde ich sagen Hätte ich gesagt Ja, ich hab Äh Telefon So Oh, mach hin Los Komm schon, Mensch Ich brauche mehr Energie Ich auch Ich warte auf den großen Knall Ja, Silvester ist bald Ne? Also Feuerspender John Hast du jemand ne Bombe rumliegen sehen? Ne, ne Bombe hab ich nicht rumliegen sehen Aber Der andere muss sich noch ein bisschen bis Silvester gedulden Hä? Wieso Wieso redest du jetzt von Bomben rumliegen? Weil Einer Ja, wer der nächste ist Ja, kommt drauf an, wer grad dran ist Ja, also Es geht nach der Reihe Ja, meiner sagt immer so Sprüche Eben hat er gesagt Hat jemand ne Bombe gesehen Und eben hat er gesagt Wer ist der nächste? Immer wenn ich auf den Typen klicke Dann gibt er so nen Spruch ab Du wirst es bei einem sehen Ja, mein Trip hat jetzt gerade gesagt Gebt alle Hoffnung auf Und, warte Hallo Redet mit mir Mir redet er immer Hat hier jemand ne Bombe rumliegen sehen? Nein, ne Bombe liegt er immer noch Die wollen nix sagen Los, redet mit mir Die Schmetterzange will bei mir nichts sagen Wand des Todes Ja, bei mir wollen die Zornklänge nix sagen Wer ist der nächste? Die können anscheinend nix sagen Nur die Verlassenen Der sagt Wand des Todes Und irgendwas anderes noch So, und gleich hab ich hier Mono Komm schon, Mono Ja, es dauert noch 100 bei mir Guck mal Die waschen weiter Ich würd sagen Wir gehen auch schon mal weiter Und das Mono bauen wir nebenbei Ja, hab ich schon Dann lass uns mal weiter marschieren So, ich werd dann da auf jeden Fall Erstmal so'n Zank hin Ständer kostet mir 50 Bei meinen Schmetterzangen und Feuertänzer ist gerade Paarungszeit Völlig normal Okay, jetzt nehmt mir her Okay, jetzt nehmt mir her Wir sind fertig Erstmal nach oben Och neee Ey, erstmal auf den Turm da Ja, sag ich doch Erstmal nach oben So Och, auch noch rechts oder was? Diese scheiß Teile da Meine Armee wird sterben Wir werden von Kacken Keine Angst, ich helfe dir Oh, oben ist und denkst Och, nein Also ich würd sagen Wir gehen mal hier hin Ich würd sagen Wir gehen nach oben Aber wo geht's? Mensch, ey, hier Schattenphönix Nein, Schattenphönix Mensch Och, Mann, ey Was ist schon Was ist schon hier los? So Kommt Hallo Seid ihr völlig bekloppt? Seid ihr bekloppt oder was? Bleibt ihr stehen Okay Oh, ich liebe diese Mine Ich habe die Schlitter dazu Und jetzt spare ich auch den Ertor Würde ich mal sagen, ne? Die Mine ist voll geil Und deine Armee wird gerade vom Vulkan aus gelöscht Ich weiß Mauer ich da auch noch mal eine Mine Auf den Vulkan Alter, T4 Hm, klar Ähm Ich gammel hier noch mit T2 rum Oh, f*** dich, du scheiß Teil Ich haus mir erst das Ding da weg Du kannst das Gebäude da weg Und das Teil Nervt Ich auch nicht Oh, ich liebe diese Reichweite meiner Feuertänzerin Guck mal, von was sie schießen Das ist einfach nur awesome Und hier wird wieder was in Jack geschrieben Zum Glück habe ich Army Mono Also meine Einheiten sollen sich erstmal hochheilen Die sind ein bisschen angenatzt So, und dann kommt gleich noch eine Verstärkung dazu Warte noch kurz Finde ich mehr viel Oh, guck mal, hier ist eine Umgebung, die zu mir passt Und meine Feuertänzerin haben gerade die Einheiten da unten angegriffen Moment So Ja, das müssen wir machen Oh, da müssen wir auch noch hin Vielleicht sollten wir das erstmal Moment, einmal Okay, du gehst dann nach unten Ich gehe nach oben, ne? Mit meinem Erntag Ich kann überall vermitteln Aufwebs hat eine neue Datei gemacht Das hat man sofort gemerkt Indem es eben gerockelt hat Ja, das nervt immer ein bisschen Ja, das ist eigentlich nur bei Battleforge Bei mir so Bei mir ist es bei, äh, Dings so Was zocke ich denn gerade? Ach ja, Avatar Okay, letzte Aufnahme ist doch schon so lange her Mach mir jetzt eine Feuertänzerin-Armee Ja, ich hau mal die Mauer kaputt, ne? Ja, mach das Ich hau die hier kaputt Oh, weh, der Hund Okay, ich hau doch nicht die zweite Mauer kaputt Warum? Weil da ein paar Gegner sind Die ich keinen Bock hab Aber ich weiß nicht, wie viele da noch sind Hier sind Gegner Ja, da oben sind diese Steinkrieger da So einer Ach so Okay Auf die hab ich nicht so richtig Bock Oh, sogar Gold Bestimmt wieder 6 oder 12 Gold Ja, hol das Gold Ja, es geht aber nicht, wenn wir einhalten sind Weil dann greifen die es immer automatisch bei mir an Das ist blöd Gib mir Gold Ach so Oh, schon wieder 6 Gold Jetzt bin ich reich So Meine Einheiten müssen wir mal hinstellen Muss auch die vier bekommen Und dann gehe ich gleich mal auf T3, ne? Was habe ich denn so T3? Oh Okay Gut Das kann ich gebrauchen, ja Ich habe glaube ich gar keine T3-K Damit kann Rogan eine kurze Strecke teleportiert werden Was ihm etwas Zeit verschafft Ja, wir sollten mal Gas geben, ne? Unsere anderen sind schon echt weiter Ja Naja, ist ja auch nicht so schlimm Man muss ja nicht überall der Beste sein Außer du, ne? Nein, Spaß Aha Reicht ja schon, wenn wir es in anderen Spielen sind Aha Ja, eben Also Außerdem machen wir es mit Absicht, damit die anderen auch eine Chance haben Ja Ja Das vor allem, ne? Auf Profi sind wir immer die Ersten Also ich würde mich zuerst auf dem Programm mal stürzen Ähm, sollten wir nicht noch da hin? Ein Verbündeter wünscht Oder hattest du ja schon natürlich nicht? Ne, das ist nur so ein Heilkristall Irgendwie sowas Ja, aber da waren Einheiten Und die sollten wir noch ein bisschen weg machen Die paar, die stören ihn auch nicht Ach, eigentlich schon Wow Die machen aber nicht wirklich viel Schaden So, da kommt jetzt erstmal eine Seelenzerrottung hin Bomb Boah, der Damage, ey Godlike Ein Regen Ein Regen Zwei Regen Ähm Boah, doch den, den scheiß Wächter Warum ist Vogan direkt hinter Warum hat er ihn jetzt überholt? Irgendwie habe ich das Gefühl, das gehört nicht dazu Ne, eigentlich muss er doch verfolgt werden, aber Nein, nein, nein Bleibt zurück Oh, best Wer kann die Feinde weiter Kurzzeitig einfrieren? Ja Ich muss meine Ante auch abholen, wer hat nur noch zu wenig Leben Oh, ich hätte ihn töten können Nein, von Seiten Wen? Ähm, ich Nee, Mann Nee Scheiß Insider Ich glaube, bei Loll war auch so ein Insider, aber ich weiß nicht mehr Bei welchem Champ Ähm Ich auch nicht Na, fuck Wo ist der hin? Zeig dich, du feiger Kümmerling Okay, jetzt sollten wir ernsthaft da hingehen Oh, da sind ja schon unsere Kollegas Hey Ja, sie haben uns sonst zwei Energiebronnen geklaut Ein Verbündeter wünscht eure Aufmerksamkeit Zwei? Gib dir gleich zwei, ich möchte vier weg haben Ich möchte alles haben Ich auch, stell dir mal vor Geizig Er soll ich weg machen Oh, ja Wie zu pay Ein Verbündeter wünscht eure Aufmerksamkeit So Äh, ja War eben technisch abwesend Ich hoffe, hier mal mit einem Miniturkrieger Ähm Das müssen wir jetzt noch machen Ich glaube, eigentlich müssen wir gar nichts mehr machen, oder? Doch, äh, da kommt es doch gleich zum Kampf Und dann müssen wir da weitergehen Da, wo die jetzt stehen Soweit ich das weiß Keine Ahnung Ausfalle, der Arme, das macht das Ding Ich geh auch mit meiner gesamten Armee dahin Und Donnerwagen Ja, hab ich auch Hast du auch Donnerwagen mit? Äh, ich habe Schattendecke Achso Achso Ich muss ihn eine Weile aufhalten Muss Mich ausruhen Ja, dann soll ich mal ausruhen, würde ich sagen Weil das werde ich nicht machen Dieses Geräusch von Donnerwagen, das fuckt einen ab Ja, tut es Ich weiß gar nicht, ob es Sinn machen würde Will ich jetzt hier irgendwie so ein Ähm Egal So, ich mache meine Arme Nee, mal ein bisschen größer, ne? Hansen auf Was hat er gesagt? Ich habe es nicht verstanden, weil du geredet hast Keine Ahnung, was fragst du mich, ist das so? Du Kann ich von hier auch schon ein Gebäude mit Ehrenbeber zerstören, ja Hahaha, ich zerstöre ein Gebäude Hast du das gesehen? So, dann nochmal eine Ernte Ähm Was könnte ich denn noch gebrauchen? Müssen wir noch Ne, Negrobest hier ist nicht so gut dafür geeignet Muss mich ausruhen Ja, dann ruh dich doch Ich hatte hier noch Feuertänzer Allein schon muss mich ausruhen Der Weg war auch so weit Hä, ich habe nach Alter, ich kann hier keine Einheiten mehr platzieren Oh, jetzt Ich werde dich finden, sterblicher Wohl Warte Und die beiden sicher zum Dings bringen Mein Verbündeter wünscht eure Aufmerksamkeit Ich muss weiter, hier drüben mein Großer Ach ja Was für ein Schiff Äh, die Verstärkung Und wir müssen die da hinbringen Und dann sind da gleich noch von, dann geht Na, ich weiß nicht Äh, wem wird das Monument? Wen? Ja, da ist noch ein Monument offen Da braucht keiner Falls du Geld verschwenden willst, nimmst du ja Boah, ich habe genug Obwohl, noch so ein Feuermonument So drei Feuermonumente, ne? Ich könnte auch noch ein Army-Monument hinstellen Hat aber schon einer Oh, nein, das Schattenmonument Müsste auch zum Feuer gemacht werden Hättest du das da Das bringt mir aber zufällig nix Wart Glaub nicht Go, 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 go Go Hat er ge- Oh, ey, oh, ey, oh Okay, meine Armee kommt irgendwie als letztes an Wahrscheinlich auch meine nur lebt Weil sie gerade irgendwie lecken Im Westen gibt es einen Signalstein Mit dem ihr sie zur Verstärkung herunten könnt Beruhig dich, ah, jetzt Keine Fwebs-Datei mehr Sehr schön Ich gehe schon mal irgendwo hin, ne? Weiß zwar nicht wohin, aber ich gehe schon mal Alter What the fuck Okay, ich komme dir mal helfen Ja Ich helfe dir Alter Meine Witter-Sonnwende, Leute Ich hätte nie gedacht, euch jemals wiederzusehen Wir hörten, was ihr vorhabt, Captain Eine Breitseite oder zwei von der alten Dame könnten da gerade recht kommen, was? Von der alten Dame Ich fülle mit Mission Hier kommt meine kleine Armee Mini-Armee Oh, Heilzauber Bisschen nett Danke Falls, äh, falls Alter, jetzt heilen mich doch nicht Ich bin hier so okay Der kann auch gern sterben Nö, würde ich eigentlich nicht empfehlen Was ist da unten? Äh, ein Gebäude Auf das Gebäude Oh, muss man ein Kriegsfest machen Das Gebäude, es ist wichtiger als die Mission Ja Alter, wer macht hier die ganze Zeit heilen auch nicht? Ich bin's nicht Ich hab kein Heilen dabei Ich auch nicht Ist wahrscheinlich dieser, äh, Lado kein Lado-Klein Wenn ja, ist das sehr nett gemeint Nicht die Gebäude oben angreifen, das macht die Feuerkugel Los, Armee Zerstört das Gebäude Alter, guck mal, was da abgeht Nein, nein, ist das noch nicht kaputt Okay, ich will mitmischen Seh ein Zerrüttung Alter, das macht doch uns schon Ach ja, stimmt Vergesse ich immer Armee der Untoten Ich will uns helfen Komm, ich helfe uns beim, beim Sterben Los, meine Armee Geh Alter, ich hab solche Wechseln Ich hab, äh, jetzt Wieder 30 FPS Alles normal So, haben wir doch hoch geschafft Wogen in den Weg stellen Versperrt den Eingang So oder so ähnlich, ne? Ja Alter Alter Ah, nee, stimmt John ist das ja Wogen ist ja schon da Ohne ist er nicht So, aber wär's endlich mal geschafft Und Steck gewonnen Gewünscht eure Aufmerksamkeit Achtung Geh mal da weg Er kommt da nicht rein Alter Ich komm da nicht weg Und kill sie Beweg dich Oh Nein Der ist doch schon drin Was willst du eigentlich? Sie haben den Tunnel nach Laia durchquert Oh Wir können nur hoffen, dass Rogan weiß, wer ihn tut Wir wollen jetzt essen Ja Wir nehmen gerade auf Weil wir die Fleisch haben Was wir was haben? Fleisch Fleisch Jetzt gibt's Fleisch So, oh, das riecht schon mal gut hier Oh Hallo So, 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 so Ich will was haben Gib mir was Was ich gebrauchen kann Warte kurz Ich kann's noch nicht sehen Kennst ja mein Internet Ja, ich habe gerade Aufnahmen Also ich Schlachtschiff Schlachtschiff hätte ich gerne Ich hab wieder eine Nachricht gekriegt Kann ich Schlachtschiff haben? Ich auch So weisen an So weisen an So weisen Kann ich Schlachtschiff haben? Bitte, 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 bitte An Und so weisen an Ich war diesmal nicht egoistisch Ne Ich hätte das Schlachtschiff-Dingens gebraucht Mensch Ich zeig auch noch die ganze Zeit Kann ich das Schlachtschiff-Dingens haben? Kann ich das Schlachtschiff-Dingens haben? Und nein Wie gibt es das nicht anderen Typen? Mensch Man muss ja auch belohnen Dafür, dass er mitgespielt hat Ja, Pech Gleich Schreib mal Äh Ach Mensch Ja Mir noch egal, was Rogan Kale wusste Also ich sag schon mal Ciao, ciao Leute Bis zum nächsten Mal Euer Washi, ne? Ja, ich sag auch tschüss Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Wie gesagt Genauso wie Lido Kein Anschreiben Wenn ich on bin Um mitzuzocken Einfach in der Freundesliste N Dann gucken OS on Anschreiben Ich lade euch dann die Gruppe ein So wie ich das diesmal gemacht habe Bei zweier Maps geht das natürlich nicht so gut Weil wir dabei zusammen zocken Da kann schlecht noch ein dritter mitmachen Aber bei zwölfer Maps Vierer Wenn ihr Glück habt Vielleicht auch mal bei so einer Bei so einer Äh Benutzerdefinierten Map Ja Ja Dann wäre doch alles gesagt Hast du noch irgendwas Zu sagen? Ja, ähm Ich hoffe ihr Fandet diesen Part jetzt sehr gut Wir hatten nämlich vergessen uns irgendwas zu überlegen Was zu überlegen, ja? Ja, worüber wir reden wollten Deswegen haben wir einfach irgendwas gesagt Was uns gerade so einfällt, ne? Kennt man ja Also dann, äh Viel Spaß bei unseren Parts Und bei diesem vor allem Und tschau tschau Leute Bis zum nächsten Mal So Jetzt habe ich alles gesagt Oh Hey, er hat Nesten mal geschrieben Next Nicht zum nächsten Nesten Bis zum nächsten Mal Okay Ja, bei meinen kann ja hier kein Warum nestest du? Hä? Ja, er hat geschrieben Tschau tschau Leute Bis zum nächsten Mal Dann kann ich auch nichts für echt Dann beende ich das jetzt Ich sag's Ich sag's herzlich nochmal Okay Tschau Bis zum nächsten Mal